Das Leben ist ein Segen und der Tod ist nicht das Ende, aber nur, wenn die Seele unverdorben bleibt. Alle Dinge sprechen die Sprache des Lebens, sogar die Knochen aus der Erde. Was wollt ihr von Meridia, der Herren der unendlichen Energien? Meridias Schrein Ihr müsst etwas an diesem Schrein opfern. Meridia fordert Tribut, in Form von Überresten ihrer Feinde, der Untoten. Ich werde hier sein. Ich wurde herbeigerufen durch die Überreste gottloser Kreaturen. Durch euer Opfer habt ihr euch mit den Gottlosen eingelassen, Sterblicher. Die Untoten sind scheußliche, unnatürliche Wesen. Einige meiner Widersacher haben Freude an diesen Abscheulichkeiten. Nicht so Meridia. Ich will diese Kreaturen vernichtet sehen. Versteckt hinter einer Geheimtür, tief in der heulenden Höhle, gibt es Totenbeschwörer. Sie rauben Gräber aus, um an das Material zu kommen, aus dem sie ihre Armeen von Untoten erschaffen. Findet diese Totenbeschwörer. Zerstört sie und ihre abscheuliche Brut. Wenn ihr dies tut, ist euch Meridias Dank gewiss. Was wollt ihr von Meridia? Meridia hat zu euch gesprochen und somit seid ihr gesegnet. Möge die Herrin eure Schritte leiten. Erst Compassion Nichts? Glaubt ihr euch! Das war's für heute. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Goal! Was ist das? Hallo? Wer ist da? Was war wohl gerade? Habt ihr schon einmal einem Landdrück begegnet? Wir nennen sie Billys. Warum weiß ich auch nicht. Besser ihr halt... Bleibt da wer... Ihr werdet mich... Seid auf! Oh! 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 Toc! 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 Oh! Ja! Oh. Oh... Buh! Aaaaaaah! Nyaa! Auff! Uwaaah! BAH! Ja, das ist dann. Das war's für heute. Sterb, du Ratte! Sterb, du Sti- Ah, hee! Ah! Uff, uff, uff! Ah! Uff, 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 uff! Uff, 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 uff! Uff, uff! Uff, uff, uff! Ich habe mich gerade erst auf, Herr Bärmlicher. Ich habe mich gerade 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 auf, Herr Bärmlicher. Er hat zu euch gesprochen, möge die Herrin eure Schritte leiten. Ich bin Varnado. Benötigt ihr vielleicht eine neue Rüstung oder Waffen? Ein exzellentes... Schönen Tag. Früher... Kann ich euch etwas von meinen... Daran habt ihr viel Gold. Das ist mehr als ich... Ein exzellentes Geschäft. Das... Ihr seid ein... Das... 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 Ja... Das... 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 Daran habt Das klingt nach einem angemessenen Preis Habt Dank, auf Wiedersehen Lebt wohl Schönen Tag Ich würde euch liebend gerne in mein Geschäft investieren lassen Lebt wohl Seid erneut gegrüßt Wir verkaufen nur vom Besten, was darf ich euch anbieten? Auch ihr Geht weg Früher hielt ich euch für einen Helden Und? Ja, ich verstehe Nichtsicher, wie Weder Ja, ihr macht mir keine Angst Weder Welche Abenteuer Nichtsicher, wie niedlich Ach, das ist ziemlich Faszinierend Ich war 40 Jahre an der geheimen Universität Es waren gute Jahre Es waren gute Jahre Aber ich vermisse sie nicht Ich bin jetzt völlig nutzlos Und stolz und stolz und stolz darauf Auf Wiedersehen Ich hoffe, ich kann behilflich sein Benötigt ihr vielleicht eine neue Rüstung Oder Waffen Oder Waffen Bei mir findet ihr eine große Auswahl Ich würde euch liebend Ich würde euch liebend gerne Schönen Tag Marc, ich würde euch liebend gerne in mein Geschäft investieren lassen. Auch ihr. Was braucht ihr, Meister? Der Glaubwuchsbeschützer. Die Beute nähert sich. Was habt ihr zu berichten? Ich habe vor ein paar Tagen eine Schwammkrabbe gesehen. Die Beuteilung. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Mit Wohl. Na Sie, euer demütiger Diener und demütiger Diener der Neuen. Ich bilde in den Künsten des Nahkampfes aus. Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg. Auf Wiedersehen. War mir ein... Schönen Tag. War mir ein Vergnügen mit euch zu sprechen. Auch ihr. Es ist mir eine Ehre. Ich bin bereit zum Lehren. Ich würde euch liebend gerne in mein Geschäft investieren lassen. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Wiedersehen. Einen wunderschönen guten Tag. Ihr müsst noch viel lernen. Ihr müsst noch... Guter... Ich kann euch ein... Ich kann euch... Passt auf und ihr könnt... Schatten mögen euch verbergen. Schatten mögen euch. Schatten mögen euch. Ach so ist es. Ich kann euch nicht reide. Ich muss schon mal mit ihnen oder haben, Einen wunderschönen. Dann doch... Untertitelung des ZDF, 2020